Ja, dann begrüße ich euch heute mal wieder. Ja, ihr wisst in welchem Kanal und welches Spiel. Jawoll. Ja, ich werde, naja gut, einiges heute machen. Alter, da werden wir uns ranziehen. Yes. Ist doch wunderbar. Ja, ja. Das glaube ich dir sogar. Wo ist denn der? Ach, da. Hallo. Und tschüss. Moment, ist das jetzt hier unten? Ich will mich kennen. Aha. Nein, 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 nein. Nee. Das. Luia. Nein, nein, mein Freund. Nein, machst du nicht. Ist mir aber auch egal. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das vollkommen schnitt. Gut. Das nächste. Wir nehmen das mit. Auf jeden Fall. Äh, ja. Du bist da hinten. Oh, oh. Nicht so prickelnd. Ja, aber ganz falscher Alarm war das. Ey, sag mal, was ist los? Da springe ich da durch. Nicht so prickelnd. Na, also. Mann, läuft doch. Und genau auf der anderen Seite. Ich spüre, wie ihre Magie schwächer wird. Gut. Sehr gut sogar. Ja, wir werden auf jeden Fall... Äh, was ist das hier? Außenposten. Hm. Hm. Komm. Ich bin zwar überhaupt noch nicht warm, aber... Wir nehmen... Wir nehmen... Oh. Oh, da hinten liegt, äh... Da sind Infos gratis. Oh ja. Gratis nehmen wir die immer gerne mit. Ja, und die Burg, die mache ich, äh... Ja, so wie ich es schaffe, heute auch noch frei. Auf jeden Fall. Oh, der ist sogar da in der Nähe. 28 episch. Das ist schade. Ja. Äh, kommst du hoch? Warte mal, ich will gucken, welches, äh... Level ich habe. 26. Oh Mann, das ist schade. Den hätte ich ganz gern. Nein, nein. So nicht. Ich muss mich auch mal aufbillen. Sehr gut. Jetzt bloß nicht... Wo ist der andere? Wo ist denn der andere? Äh, was ist das denn genau? Details. Den haben wir bestimmt schon, ja. 20. Furcht vor Festnageln. Hinrichtung? Kann ich verstehen. So, was haben wir denn hier? Feuerfest. Immun gegen Fluch. Keine Chance. Wurfmesser. Schlachterbeile. Das sind Mäuschner. Er warte, ein tödlicher Assassine, der seine Freunde am liebsten aus dem Verrunden drascht. Naja. Behende, nutzt Überfalltaktiken, weicht aus, springt oder schwingt sich über Gegner und wirkt halt keinen Schaden zu nehmen. Ja, keine Chance, ist klar. Da muss ich flitzen gehen. Schlachterbeile hat er. Aha, und die Armbrust. Na gut, dann würde ich sagen, kümmern wir mal uns um den. Ja. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest. Ja, 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 ja. Luftschleichtöte, du meinst. Zeitwaffsam. Wir finden den Schuldigen. Welchen Schuldigen? Ja, du bist gleich weg. Komm schon hoch. Komm hoch, komm hoch. Ja. Schleichtöte. Ja. Schleichtöte. Schleichtöte. Oh. Ah, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Dann genießen. Ich zeig dir, wie man das töten. Ordentlich verlängert. Gut, 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 gut. Aua, hi. Ey, das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt bei mir. In meiner, in meiner Armee. Komm hier rüber. Und hoch. So, und die Keule. Ist ja wohl klar. Und los ran. Guten Tag. Ja. Gut. Und du kriegst auch mehr, als du wolltest. Aha, viel mehr mach ich dir. Ja. Hm. Oh, danke. Ja, da musste gereinigt werden. Ganz dringend. Na, siehst du wohl. Für den ersten Fight. Das ist gar nicht so unübel. Nö. Luftschleichtöte. Weißes. So. Na, siehst du wohl. Diese Außenposten sind ein ständiges Ärgernis. Deshalb müssen wir sie ausschalten. Ja, hab ich ja gerade getan, oder? Wie sehe ich das? Hä? Genau. So, jetzt gehen wir, ähm, halt in diese Richtung. Was ist das? Nein, hört doch mal auf. Ja, ich sag ja, ich geh diese Woche noch los und hol mir einen neuen Pet. Hm. Ähm, warte mal. Man dienst dann, sucht einen würdigen Gegner. Nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir werden strikt an meinen Plan halten. Ja. Wo muss ich da hin? Dort lang. Ach nee, du bist da. Gut. Ah, Mist. Oh, oh, Karagos. Was? Was? Hab dir das gehört? Hey, 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 hey. Ey, sag mal, das gibt's doch gar nicht, wie schnell die tut. Ey, sag mal. Jetzt hab ich noch niemals einen zum Lutschen. Nee, aber den kann man sehen. Hallo? Ja, logisch will ich mehr. Ich bin ja auch mehr. Komm da hoch. Nein, das ist so nett. Nein, 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 nein. Zack. Jetzt gehen wir da rüber. Äh. Ja, 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 ja. Alles in Ordnung, glaube ich mir. So, und da ist das. Das. Den will ich auf jeden Fall. Ich hasse die Kälte. Wir fassen die Karagos jetzt nicht. Na? Nur noch einfach, Herr? Was? Ich bin aus dem Grab gekrochen, um dir wiederzudienen. Äh? Ich wollte nur, dass du das weißt. Wer ist denn du? Ach so. Ja, jetzt hast du Sarniger. Kommt. Der ist echt wiedergekommen aus dem Grab. Hallo? So. Ohne, wo ist die Erbse? Ja, nicht irgendwo. Ich bin hier, Freunde. Halt. Wo ist es denn da? Ohne schlecht. Aber wo ist jetzt hier das... Äh, äh... Ach, da ist das. Das hab ich jetzt gesucht. Vergiss nicht, wer dich getötet hat! Das war jetzt nicht so gesund. Ne. Er ist doch hier. Was macht er denn da? Legt sich da mit den ganzen Dingens an. Weißt du, was? Komm. Ja. Da war ihm zu helfen. Auf jeden Fall. Jetzt selber da. Ohohohohohohohohohohoho. Na, Schmack O'Fazio. Aua! Schnappel, Quazzo! Schatten aufsetzen! So, Freunde, jetzt geht's! Und hier! So, drücke um anzugreifen und erhalte so Macht, wenn du deine vollständig aufgeladen hast, drücke und um reinzusetzen. Aha! Oh! Ich bin erzürnt! Ja, ich bin erzürnt! Boah, nehmen wir mal das Lager hier auseinander! Was sind hier noch welche? Aber so weit vorne! Lass uns einfach mal das Lager auseinandernehmen! Ist doch mal richtig Spaß! Spaß! Noch ist alles gut! Oh! Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut! Nicht so aggro! So! Komm! Oh! 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 So Ah Du komm! Nein. Oh, schüss. Ah, Mist. Will ich doch gar nicht. Wo ist denn der? Ach, da. Steigt mir her schon. Ja. Auf jeden Fall. Na, sauber, würde ich sagen. So, das haben wir. Wo bin ich denn hier? Was ist das denn hier? Halt. Sorry. Orks verstanden. Komm, nimm mir gleich mit. Ich bin hier. Und davor habe ich Angst. Ah, wieso? Wieso? Wieso Angst? Gibt da gar keinen Grund. Ungeladene Gäste. Ähm. Komm, los geht's. Hm. Schauen wir mal. Ich möchte euch da nochmal dran erinnern. Ähm, ich mach... Äh, ja. Auf jeden Fall. Was schwebt dir vor? Auf manche Sachen kann man sich bei den Uruks einfach verlassen. Sie lieben Blut, Schätze und Grog. Ja, super. Möge das ein denkwürdiges Festmahl werden. Aha. Finde ich auch. Ja, denk dran. Ich sag es lieber nochmal. Ich mach lieber... Äh, ich mach in... Ja, Zukunft nur noch... ...mehr Gameplay. Mehr Gameplay als, äh, Let's Play. So. Lass dich nicht entdecken. Lass dich nicht entdecken. Lass dich nicht entdecken. Meine Fresse. Oh, da muss ich in den Spitz... Ah, da ist er schon. Wer bist du denn? Kann ich dich übernehmen? Steinhardt. 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 Aber heute... ...teilen wir uns die Leute. Wir teilen... Oh, oh. Na, du... Nicht gut. So, Bäschenfutter... Morgalfliegen, Feuer, Erschöpfung... Beschusssicher, ja. Aber Morgalfliegen normalerweise... Feuer... ...dann müsste das weg sein. Zusammen. Kriegstreiber zusammen. Hält deine Waffe mit... Achso. Gefolge vom Bogenschütz... Schütz... Schütz... Na gut. Ja, mach ich ja. Ist ja gut. Das ist ja gut. Nein. Ah, mach ich ja. Hör ich. Hör ich. Dann sind wir im Gefänglichjahren hier. Ja? So, schweig dir immer doch hier. Der Panzerfeuer. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du mich töten willst. Die Dosis macht das Gift. Und dieser Versuch war ziemlich schwach. Gut. Du hast doch Angst vor Feuer. Habe ich mir sagen lassen. Ja, nicht irgendwas, sondern ich. So, dann komm mal her. Genau das meine ich. Das hebt ja alles auf. Nein, 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 nein. Das ist ja auch mein Freund. Wenn ich dir schon mal gesagt habe, du mir gehörst. Halt! Das war einer. Ich hoffe, das geht. Ich weiß es ja nicht. Genau. Yeah. Na, sauber. Warte mal, wie viel liegt bei denen mal? Eindringen. Den will ich eigentlich nicht verlieren. Nee. Nee, den will ich eigentlich nicht verlieren. Nee, 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 nee. Lassen wir das. Genau. Gut. Zieh dich zurück. Siege den Hauptmann. Du hast ihn festgelebt? Ja, ja. Das war wohl eine unserer erfolgreicheren Missionen, Grabwandler. Ich erkenne die ängstliche Soldatin aus der Unterstadt kaum wieder. Du meinst die, die dich vor diesem Hauptmann gerettet hat? Warte. Ja, ja. Genau die. Ja, Talion. Ja, denk dran. Baranor hat da ein Auge drauf geworfen. Jawohl. Ja, wird gezählt. Alles klar. Lass dich nicht entdecken. Hab ich auch nicht. Wir sollten Baranor finden und sehen, wie es ihm ergeht. Talion, Mina Sethil ist verloren. Doch Mordor kann uns gehören. Ja, jetzt bleibt doch mal locker, ey. Mann. Ich würde gerne die auch noch machen. Da ist nämlich noch die Fähigkeit da drin. Ganz genau. Äh, entweder hast du drauf, oder hast du nicht drauf. Äh, so. Morden, morden. Wen kann ich terrorisieren, den? Ach, komm. Ich bin mir. Nein, hast du nicht. Du hast nichts gesehen. Für die meisten Gondoraner ist diese Mitternachtsurne nur ein einfacher Tonkrug. Für die Bewohner Minas Itils stand sie jedoch für das gemeinsame Opfer, das nur die verstehen, die an der Grenze leben. Über Jahrhunderte wurde der Name jedes gesunden Einwohners von Minas Itil in die Mitternachtsurne gelegt. Bei Sonnenuntergang zog man einen Namen. Der Gezogene musste bis Sonnenaufgang auf den Mauern patrouillieren. Die Aufgabe wurde rein symbolisch, sobald wir eine Armee hatten, doch das machte sie nicht weniger wichtig. Von Anfang an wachte immer ein Nachbar auf den Mauern. Mit zehn wurde mein Name zum ersten Mal gezogen. Und nie war ich stolzer, auch wenn ich kaum über die Brust wer sehen konnte. Auch nicht schlecht. Sauber. Äh, komm hierher. Warum die Verteidigung deiner Mauern dem Zufall überlassen? Es geht nicht um Zufall. Es geht um Einheit. Alle Namen werden gemischt. Und alle wechseln sich auf dem Wall ab. Danke. Was denn? Und wie gefällt dir das? Eingelullt zu sein? So, du Lutscher. Du kannst doch gar nichts. Hier geblieben. Na gut. Ich komm, warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Du gehst nirgendwo hin. Halt, warte. Nein, hör doch mal auf damit. Wo ist denn die Ratte jetzt? Keine Ratte mehr. Wird sich ausgerattet. Ja. Ah, da. Zügig. Komm. So ist brav. So liebe ich das. So will ich das. Sehr gut. Lass uns mal diese... Dieses hier angucken. Ja. So, Tötung eine. Details. Ein leichtes Ziel. 26. Den können ich also übernehmen. Episch. Furcht vor Claragor. Anfällig Bestien. Gift Schleichangriffe. Im Umgegen Hinrichtung. Feuer fest. Kraftschuss. Meisterschütze. Treffsicher schießt zusätzlichen... Mit zusätzlichen Schaden. Feuert ein überaus mächtiges Geschoss. Dann wird betäubt. Er schießt feiern. Auf Treffen. Explodieren. Schnellschuss. Ja, eine MG ist er. X-Treiber. Epischer Schnellschuss. Flammende Waffe. Krieger. Scharfschützenschuss. Wow. Wow. Das ist cool. Wie sehe ich denn aus? Ach komm. Dann hauen wir mal einen raus. Ganz zu Anfang. Zack. Habe fertig. Ja. Schauen wir uns mal an. Die ganze Schose. Genau. Dadaditadii. Ist das nicht herrlich? Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht nehmen wir heute die Burg auf jeden Fall nur ein. Und... Ach so. Was ich auf jeden Fall mache... Oh, jetzt will mein Fernseher sich wieder ausschalten. Zack. So. Lass knacken, Kumpel. Die Leute wollen was sehen. Und ich will auch... Dringendst. Ja. So richtig Bock habe ich. Oh, das Versprechen des Alarms. Er ruft so schnell Verstärkung. Wenn man ihn nur lebend erreicht. Terrorisierungstöten. Töte ohne Alarm. Ach du Schande. Ohne Alarm auszulösen. Zehn Feinde ohne Alarm auszulösen. Ach, weißt du was? Da haben wir ja da direkt... Wie viel? Das kann ich mir gleich voll machen. Ohnei. Ne, 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 ne. Töten tun wir die. So. Waren schon mal drei. Wo sind denn noch welche? Ist das der, den wir in den Klick haben? Hier streicht gar nichts rum. So. Ja, wenn das geht, dann mache ich das so. Auf jeden Fall. Warum nicht? Das ist legitim. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Wo denn? Der ist doch da gar nicht mehr. Ach, das wäre da unten. Ohnei. Na, warte, 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 warte. Ich brauche mindestens noch zwei Stück. Was ist da drüben? Ja. Gut. Gut, jetzt brauche ich in dem Sinne nur noch drei Stück. Und die könnte ich... Da hinten ist noch einer. Den hatte ich doch vorhin gesucht. Wo ist der? Wo ist der? Schnaichttötung. Hey. Das waren nur noch zwei. Ohne Alarm auszulösen. Sauber! Yes! Ja, das ist... ich will noch eins gucken. Ich will noch eins gucken. Er ist nicht beschutzt. Ach, da steht er schon. So, komm her, hier. Guten Tag! Siehst du, wie schön diese Waffe brennt. Es war ein Riesenaufwand, das hinzukriegen. Gut. Also kannst du dich wenigstens damit töten lassen. Mach ich, wenn ich Zeit hab. Mal gucken, wie er die... Ach, ne, das ist ein Weichner. Aber der ist episch. Das ist halt ja gerade. Hm, warum soll ich wegbleiben? Gibt keinen Grund... Nein, 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 nein. Diesmal töten. Jawoll. Zauber, der Mann. Ja. Na, ist es nicht her. Ich... Blutrache... erledigt. Terrorisierungstöten... Oh, schöne Sachen dabei. In offenbar gerne Krieg. Mal sehen, wie sie sich in der Schlacht... Oh, 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 oh. Echt ne geile Sache. Ja, find ich schon, ne? Ja, diesmal habe ich mir das überlegt. Der hat ja kaum was ausgehalten. Ja, für einen 26er. Episch. War das ein bisschen... Oh, das sieht gut aus. Und ich sitze oben auf. Ja, kommen wir überall noch hin. So. Ja, die müsste man alle so... Mit Magie. Äh, ähm. Oh, hi. So, jetzt gehen wir mal hier in die Ecke. Und dann sage ich euch, äh, ja, sehen wir uns, äh, in der nächsten Folge. Sofern ihr wollt. Aber ich weiß, ihr seid da heiß drauf. Und ich noch mehr.